Ja, ihr Lieben, heute etwas noch Spannenderes als heute Vormittag, denn wir haben heute, ich zeige es euch einmal, den Chef heute. Wir haben heute den Chef und deswegen wird es richtig, richtig spannend. Schneckerl ist dabei, Ivy ist dabei, man hört nichts, aber jetzt schon, hört? Jetzt schon, ja. Super. Genau, ich zeige es euch einfach einmal. Ich brauche gar nicht viel dazu sagen. Könnt ihr das sehen? Das sind richtig, richtig Kausehaare. Und wir haben unsere Kundin hier, die ist erst 16, deswegen dürfen wir sie nur von hinten zeigen. Und ist mit der Mama angereist aus Mannheim und hat vorhin zu mir gesagt, ich meine, das habe ich auch noch nicht oft gehört, die hat zu mir wörtlich gesagt, du bist meine letzte Chance, meine letzte Hoffnung, Hoffnung, meine letzte Hoffnung. Ja, also sehr, sehr spannend, wie die Schneckerl auch schon schreibt. Ich bin sehr gespannt, sehr motiviert. Und ich freue mich sehr, das wird cool. An alle, die sich noch erinnern können, Lina liebt Essen, war ja auch bei uns mit Naturkrause, hat super funktioniert und deswegen heute Teilzeit. Hast du so wahr gesagt, hat sogar funktioniert? Nein. Wir wussten, dass es funktioniert. Ich habe gesagt, es hat auch super funktioniert. Auch super. Was macht ihr mit ihren Haaren? Wir machen eine Spiral der Ohrwelle. Denn man kann mit der Spiralwelle natürlich Locken machen, ist ja klar, aber auch Ruhe reinbringen. Das heißt, wenn Locken zu stark sind, wenn man eine Naturkrause hat, eine Naturlocke, die einfach zu stark ist und man die ein bisschen beruhigen möchte, dann kann man das natürlich auch machen. Hattest du heute Morgen nicht noch kurze Haare? Nein, Jenny. Wir sind fest. Super, super, super spannend heute. Du darfst nachher auch. Es ist so schade, dass wir sie nicht von vorne zeigen können. Aber glaubt ihr, es ist ein sehr hübsches Mädchen. Wenn die dann an diesen noch tolle Locken hat. Nein, ihr Lieben, sie waren heute Morgen auch schon lange. Ich kann die nicht rausmachen. Wir sind fest. Schon fast 1000 Likes sehe ich gerade. Vielen lieben Dank. Annika ist fleißig am liken, sehe ich. Sehr, sehr lieb. Vielen lieb. Vielen lieb. Vielen lieb. Wie viele Videos hast du geguckt von uns? Boah, also nicht so viele, aber auch schon 20, 30. Schön. Wie ist es jetzt heute für dich, wenn du vorher dich so viel mit uns beschäftigt hast? Jetzt sitzt die hier live. Ist das ein kundiges Gefühl? Warum sind deine Ansätze rot? Ja, ich wollte das so. Wir haben nicht rot gemacht. Ich fand das ganz cool. Ja, wir ignorieren einfach, dass ich mich nicht für eine Sache entscheiden kann und alle drei Wochen eine andere Frisur habe. Okay? So, wir wechseln dann die Positionen. So. Also, ihr müsst wissen, das ist eine Sache, das ist nicht von vornherein klar, dass es hundertprozentig klappt. Sondern das ist auch für uns so. Sie hat von mir drei Sachen sozusagen vorhergesagt bekommen. Ganz viel Liebe, ganz viel Erfahrung, aber auch ein bisschen Glück brauchen wir in dieser Sache schon. Genau, so ist es. Danke, Leni, für den Hinweis. So, wie wir dann sehen, wie kommt die Kopfhaut sich so rauszieht. Jetzt geht es wirklich? Geht es wirklich zu aushalten? Ist das nicht unglaublich spannend, Leute? Ich stehe hier und schaue zu. Könntest du mir auch das andere Mikro bringen? Ja, kann ich auch. Aber nicht in letzter Zeit, oder? So, jetzt habe ich auch ein Mikro dran. Ich kann ein bisschen mitquatschen mit euch. Sie können gleich mal die erste Frage beantworten. Ja, gerne. Nämlich, Hallöchen, hat euer Chef auch eine Kaltwelle drin? Eine Kaltwelle. Pass auf, jetzt kommt's. Mein Fachwissen. Wenn du kalt... Hat sie wirklich Kaltwelle geschrieben? Wer ist das? Biggie. Biggie. Biggie, du bist aus dem Osten. Stimmt's? Denn in unseren Ostbundesländern, da sagt man nämlich Kaltwelle. Bei uns sagt man Dauerwelle. Aber stimmt. Nein, habe ich nicht. Wenn jetzt meine Tochter dabei wäre, meine Alina, dann würde sie jetzt reinschreiben, Papa, du sollst nicht lügen, natürlich hat er sich eine Dauerwelle machen lassen. Aber es ist Natur. Keine Dauerwelle. Deswegen gehe ich lockig durchs Leben. Deswegen heißt unser Podcast auch so. Ich habe es gerade unserer Kundin erzählt, weil sie ja auch so Haare hat wie Lina. Nächsten Montag treffe ich mich mit Lina in München und da nehmen wir eine weitere Podcast-Folge auf mit Lina liebt Essen. Wusstest du noch nicht? Ja, siehst du? Gut, dass du hier zuhörst. Genau. Ich habe die Lina angeschrieben, habe gesagt, Lina, der Podcast heißt Lockig durchs Leben. Ich meine, niemand ist besser qualifiziert wie du. Hast du Bock? Dann hat sie mir zurückgeschrieben, ich habe ja sowas von Bock. So, dann habe ich hier meinen Termin gefunden und ich habe ihr ein paar Fragen geschickt, die ich mir vorstelle, die also ganz interessant sein könnten für euch. Ja, und jetzt, wie gesagt, treffe ich mich mit ihr am Montag in München und dann machen wir eine Folge, die dann veröffentlicht werden wird am Freitag in einer Woche. Genau, also nicht diesen Freitag, sondern Montag ist ja erst die Aufnahme und dann am Freitag drauf kommt die Folge dann auf Spotify. Für diejenigen, die den Podcast noch gar nicht gefunden haben, also der heißt, wie gesagt Lockig durchs Leben, Jörg Mengelfriseure und da erzählen wir Geschichten aus unserem Salon. Aber ich lade mir eben auch Gäste ein, die überhaupt nichts mit Haaren zu tun haben. Ich werde sogar, da musste ich echt schmunzeln, ich werde sogar demnächst mal einen Mann interviewen. Der hat eine Glatze. Also der ist so weit weg vom Friseur-Podcast wie die Kuh vom Eierlegen, aber der hat eine tolle spannende Lebensgeschichte zu erzählen. Und wie gesagt, ich lade mir also auch Leute ein, wo es gar nicht um Friseur geht, aber es macht Spaß dazu zu hören. Die ersten Folgen, die wir jetzt haben, die hatten alle irgendwie einen Friseurbezug. Gott, denn unter anderem war die Stefanie eine Interviewpartnerin und hat mir also ihr bisheriges, ereignisreiches Leben erzählt. Alina, danke für den Kürbel. Ist das meine Alina? Ja. Wieso hat sie nicht geschrieben, ja, der Papa hat Dauerwelle? Sie ist bestimmt gerade erst. Sie ist wahrscheinlich gerade erst reingekommen, genau. Ich glaube nicht, dass sie sich das entgehen lassen hätte. Genau. Vorher wurde ich nämlich gefragt, ob meine Haare Natur- oder Kaltwelle sind. Sie sind vom lieben Gott. Also die Tatsache, dass ihr kein Wort sagt und ihr seid im Tunnel, oder? Ja. Aber tricky ist schon, oder? Amtlich tricky. Ich hoffe, es geht trotzdem einigermaßen. Wir sind happy mit dir. Wenn du gut bist mit uns, nicht, dass du uns anschließend schreibst, die waren alle so grob. Und ich hatte ein böses Aua die ganze Zeit. Schau mal, wenn man das so rausnimmt. Wenn das weg ist, das ist alles. Dann ziehst du das raus. Dann hast du plötzlich 20 Zentimeter lange Haare in der Hand. Also, es ist wirklich, wirklich so. Wenn das klappt, ist sie anschließend ein anderer Mensch. Optisch. Wenn das klappt. Also eigentlich müssten jetzt die Zuschauerzahlen in die Höhe schießen hier bei der Geschichte. Denn die ist super, super tricky. Auch für uns. Hat der Chef schon ein Bauchgefühl, ob es gut wird heute? Ja, habe ich. Wer schreibt das? Wer hat das geschrieben? Jenny's Moments. Audi. Und die Alina schickt einen Kürbis rein. Und was ist GG? Ich komme jetzt in meinen. Hier stand gerade. Die Alina hat GG reingeschickt. Was ist GG? Zwei große Gs. Nee, nee, das ist irgendwie so ein Geschenk-Dingst gewesen. So. Ja, also ich habe auf alle Fälle ein extrem gutes Gefühl. Und das wird super. Ich zeige euch an der Stelle mal, wenn das Handy frei ist, die Stefanie filmt gerade. Gib mir das mal kurz. Probier du mal ein paar. Versuch du mal ein paar. Gang, gang. Gang, gang. Keine Ahnung. Okay. So, also jetzt zeige ich euch was. Und zwar, bitteschön. The stage is yours. Ich zeige euch jetzt mal schnell, so, Alben, die Lina. Wie gesagt, die uns nächste Woche, die nächste Woche mit mir eine Podcast-Folge macht. So, schauen wir mal, ob das so funktioniert mit dem Licht. Ah ja, aber es geht schon, glaube ich. Kann man das so erkennen? Schreibt mal, ob man das so sieht gegen das Licht oder wie das Licht ausmachen muss. Kann man das erkennen? Ja. So, so hatte die Lina die Haare, als sie gekommen ist. Unfassbar. Also mein bisheriger Endgegner, muss ich sagen. Denn die Länge war ja auch noch brutal. So. Und dann anschließend, also ist das Licht ausgegangen. Jetzt nochmal so. Gut. Und dann, hier sieht man es auch, das ist auch verrückt. Schaut mal hier. So. Und dann am Ende, kleiner Trommelwirbel. Ich zeige euch am besten das Video. So. Und mittlerweile, Freunde, das müsst ihr euch wirklich mal angucken. Ihr müsst mal bei der Lina raufgehen auf die Seite. Die Seite heißt Lina liebt essen. So wie Jörg hat Hunger. Und die Lina hat mittlerweile natürlich 10 Zentimeter, 15 Zentimeter längere Haare, weil die super gewachsen sind. Und sie feiert es nach wie vor. Wie gesagt, die Lina wird nächsten Montag meine Interviewpartnerin sein für unseren Podcast. Und, ja. Und, ja. So. und kommst du klar ich glaube je länger die werden oben desto leichter wird das unten reinschleifen wird ein bisschen ein problem immer aber es geht ja so habt ihr irgendwelche fragen zum thema wie was denkst du wie lange ihr noch wickelt jenny's moments ich würde sagen wir wickeln noch eine gute halbe stunde zu viert so was in der ecke ja und dann hat es einen grund dass ohne spitzenpapier gewickelt wird ja das hat tatsächlich einen grund so dann die lee wäre homeland hallo eines tages werde ich auch kommen das nenne ich ein versprechen und da freue ich mich drauf eines tages werde auch ich kommen ja mach das bitte alina schreibt hast du meine haare schon gesehen habe ich die haare schon gesehen und wie sind sie die farbe ist anders oder so und die hat ein kürbis geschickt dankeschön für den kürbis ich stelle fest wenn ich diese ich hab mal das an könnte das jetzt mit der brille ohne brille kann ich euch nicht lesen aber mit der brille schaue ich echt total verrückt aus wie der verrückte professor wie viel kostet es ungefähr so das sind die antworten schon gekommen danke an die martina martina zweiter dezember 10 uhr du weißt was da ist schreib doch mal rein schneckerl also ich darf ja sie heißt ja offiziell bei uns schneckerl aber ich darf zu ihr martina sagen einzige der martina zu ihr sagt ich finde es schön deswegen sage ich martina willst du es schreiben oder soll ich sagen irgendwelche wünsche nein es gibt ein weißwurstfrühstück trinken wir jetzt einen kaffee zusammen hier im live mein kaffee ich hatte einen wo war der ich glaube der steht hinten die honigmesse gute idee das mache ich jetzt so jetzt aber ich muss das heimlich machen dass die martina nicht sieht dass ich eine fremd tasse benutze es ist nicht die von der martina jetzt hier gut bei uns bis jetzt alles super das ist schön ja die mama von ihr hat gesagt wenn wir das heute hinbekommen dann werden einige mädels die ähnliche haare haben wie sie sich auf den weg machen zu uns und es ist auch so wir haben eine eigene playlist wenn ihr die mal also wenn ihr grause haare habt und wollte ich mal anschauen die playlist heißt firm on natural her genau das ist die playlist und schaut euch die mal anders sind ganz viele beispiele drin unter anderem auch das video von der lina und lina lieb essen wer hat denn schon den podcast angehört und welche folge ist jemand dabei der schon alle folgen angehört hat auch nicht ich brauche eine zweite tasse was soll ich sagen wären würden die mich nicht so ja schneckert schreibt ich alle das ist schön ok ich geh gerade noch mal mit dem licht so richtig dahin so dass man das mal gut sehen kann so ihr seht hier schaut mal die haare an wenn man da zug drauf bringt werden die glatt aber ohne zug schnallen die zurück die emily schreibt beim kochen gehört das ist schön wie lange dauert sowas fragt nur ja so zwischen ich sage jetzt mal heute der haarlänge und die sind richtig schnell dran drei stunden sind wir fertig wie sieht es jetzt aus bei euch als wir jetzt vorhin als ich hier saß und ihr habt die haare gesehen hat hat es euch gekraust habt ihr habt euch gedacht oh mein gott hoffentlich wird es nein also wir sind mittlerweile sind wir alle ich hab gedacht geil du hast auch geil oder ich auch ich hab echt gedacht oh geil also ja und wisst ihr was der witz ist ich meine ich lehne mich jetzt nicht aus dem fenster und sagt 99,9 prozent aller kolleginnen und kollegen würden schreiend davonlaufen oder sagen niemals fasse ich das an das mache ich garantiert nicht und wir finden es geil ist doch so oder das hat doch was ich überhaupt was sehen habe ich das richtig hingestellt so sieht man nichts vom gesicht aber was von den haaren jenny's moments schreibt nach lina schockt euch nichts mehr ja das ist so lina war also bis dato unser endgegner gar keine frage vor allem natürlich vor dem hintergrund dass die lina irgendwie 20.000 instagram fans im gepäck hatte und wenn ihr euch erinnert wir hatten insgesamt über 100.000 zuschauer bei diesem live ich meine 100.000 zuschauer das ist extrem verrückt aber wir waren cool haben wir gut gemacht habt ihr noch genug wickel oder brauchen wir noch ein paar ich glaube wir könnten das noch mal machen oder das ist eigentlich auch schön ich mag so lehrlings arbeiten auch das darfst du fragen und ich habe gerade gefragt wie lange bleibt anschließend die flüssigkeit drauf also unsere kundin hat das gefragt und wir haben keine ahnung wir wissen es nicht wir werden nach fünf minuten die erste kontrolle machen und dann kannst du mir am gesicht ablesen ob ich glücklich bin oder nicht so wird es laufen also das bleibt spannend auf dem hohen niveau hat jede haarlänge einen bestimmten preis ja also die spiralwelle kostet 240 euro und wenn dann ich sag jetzt mal extreme längen dabei sind oder extrem dicke haare so dass wir also sehr viel flüssigkeit brauchen dann gibt es noch einen aufschlag dazu für die zweite flüssigkeit ihr habt das auch ganz schön ordentlich angepriesen im voraus schreibt chenny's moments was meinst du damit was haben wir heute die veranstaltung oder lina ach so lina liebt essen natürlich da hatte ich ja gerade darüber gesprochen genau das stimmt das hatten wir ordentlich angeteasert und da waren genau da waren wie gesagt extrem viele leute dabei ich finde so schade dass ich sie euch nicht von vorne zeigen kann aber da nehmen wir also den jugendschutz wirklich ernst sarah schaut mal wer reinschneit die sarah hat urlaub aber so richtig urlaub hat man bei uns nie so ich glaube wenn man so macht oder seht ihr das gesicht auch nicht könnte auch funktionieren dann habt ihr mal die lina ist jetzt speziell für die lau die ist nämlich der größte lina fan hast du die lau schon mal gesehen nein die könnte uns doch mal lau falls du dabei bist schick uns doch mal auf instagram ein bild von dir so unfair du siehst die lina immer und wir haben von dir noch nichts gesehen mach das mal chenny's moments schreibt da hattet ihr euch selbst auch gut druck aufgebaut ja das stimmt das hatten wir also es war eine ganz ganz verrückte geschichte die wir da hatten und die analisa ist drüben auf der anderen auch dabei eine dauerwelle zu wickeln müsst ihr was die zeige ich euch mal schnell nur so von der seite weil wir da ja jetzt keine erlaubnis haben sie zu filmen aber ich zeige euch mal das ist jetzt hier also eine das ist die analisa zum ersten und das ist jetzt eine wicklung hfk technik nach naturwuchs da wird quasi jede bahn untersucht wie die haare wachsen und demnach wird dann gewickelt so dass man festhalten kann hätte die kundin von der analisa naturlocken so würden sie dann fallen haben sie richtig gesagt wenn sie nickt dann bin ich froh so wir gehen wieder zurück so dann überlässt du den oberen teil dann anschließend den dreien und dann starten wir mit unserem programm wo ist denn die wo ist denn die reise sarah für wen hast du dich heute so schön gemacht sag's na komm sag's einfach jetzt für ja das hat aber jetzt gedauert für mich natürlich genau und soll ich euch zeigen was wir jetzt machen dina komm mit den wickel dreht sie jetzt noch rein und dann zeige ich euch was wir gleich machen die dina wie sarah und ich hast du dein mikro noch dran genau jetzt darf man nicht vergessen das mikro könnt ihr noch ein paar getränke wenn ihr fertig seid mit dem wickeln dann holt ihr mich bitte und wir nehmen die n ist klar und wir brauchen auch ein foto an der wand von der wicklung ok super so dann zeige ich euch jetzt mal schnell was wir jetzt machen war ich mit euch eigentlich schon mal in unserem personalraum ich glaube nicht so klicke mal hinter so die auch gar nicht zu weit rein seht ihr hier da ja genau da steht schon das mikro und wir werden jetzt eine folge machen eine podcast folge mit der sarah und mit der lina und die lina ist schon ein bisschen aufgeregt hat sie gesagt nö gar nicht nö gar nicht genau das wird jetzt passieren du möchtest zwei minuten noch eine rauchen du kannst auch fünf minuten eine rauchen ich habe keinen druck so also diese folge wird es dann auch geben mit lina und sarah eine schöne podcast folge so weißt du was jetzt stelle ich es wieder so hin dann kriegst du jetzt wieder die verantwortung mit unseren zuschauern zu quatschen da kannst du wieder hin machen ich sage für den moment danke wie gesagt ich bin jetzt also in moderatormission unterwegs dankeschön für unglaubliche 7000 likes und macht mir bitte die freude teilt das video damit wir später beim finale ganz ganz viele haben die bei diesem ritt dabei sind die agatha schaut zu hallo meine liebe und dankeschön für die rosen sag liebe grüße schön dass du dabei bist so mikro und bis gleich bis gleich bist du richtig hast du es so ja ja gut ich mache noch eine szene schnell habe ich schon ausgedient mit ich habe noch die rosen ich habe noch die rosen ist So, Agatha, danke schön für das Fingerherz, sehr, sehr lieb. So, Agatha, danke schön für das Fingerherz. Was ist denn der Unterschied zwischen Spirallocken und Dauerwelle? Es ist beides eine Dauerwelle, du meinst wahrscheinlich zwischen der Spiralwelle und der Naturwelle. Bei der Naturwelle wird geschaut, in welche Richtung die Haare wachsen und demnach werden dann auch die Wickel gesetzt. Genau, also da wird geschaut, welche Wuchsrichtung die Haare haben und die Wickel kommen so quer auf den Kopf. Und die Spiraldauerwelle hat, ja, also ungefähr viermal so viel Wickel insgesamt dann. Genau. Die Sarah hat eine Rose reingeschickt. Dankeschön, Leute, Brate. Das ist immer so witzig, immer wenn wir kurz draußen sind beim frische Luft schnappen und wir live sind, dann schauen wir immer trotzdem zu. Danke. Vielen Dank. Ich habe eine Frage, warum tragt ihr keine Dauerwelle? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Stefania hat eine Dauerwelle. Ich hatte eine. Stefania trägt sie allerdings heute geglättet. Das geht ja natürlich auch. Meine ist schon ein Jahr her und mittlerweile schon komplett rausgewachsen. Ich habe mir die ja im Bob schneiden lassen. Das, was ich jetzt drin habe, ist nicht mein echtes Haar. Aber ja, also wir hatten, Sarah hat auch eine gehabt. Er hat mich schon und manche wollen es auch nicht. Ist ja auch vollkommen okay. Sollte ich machen? Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die Naturwelle liegt bei 155. So ist es. Ich bin so gespannt auf das Ergebnis. Ja, wir auch, Deborah. Sehr. Aber ich freue mich schon sehr. Das wird mega. Ja. Jetzt stehst du die Tür noch mal. Jetzt kommt da, wie gesagt, die M drauf. Dann können wir die erste Kontrolle machen. Wenn ihr meint, ich sollte es sehen, dann pullen. Aber nicht einfach. Genau. Relativ viel Flüssigkeit. So richtig dringend. So. Ja. So richtig dringend. So richtig dringend. So richtig dringend. Gibt es ein Vorher-Bild? War zu spät drin? Ja, Pi, die gibt es. Wir haben vorher Fotos gemacht. Und da wird es auf jeden Fall ein krasses Vorher-Nachricht geben. Wir gehen später beim Ergebnis dann auch wieder live. Ich würde mich dann auch für den Moment verabschieden. Wir wickeln jetzt noch fertig. Und dann geht es schon weiter. Ich würde sagen, wir haben es jetzt 16 Uhr, 17 Uhr, 17.30 Uhr, so was, werden wir wieder online kommen. Wickelt ihr jede Dauerwelle ohne Spitzenpapier? Und wenn ja, warum? Meine Liebe, wir wickeln eigentlich nie ohne Spitzenpapier. Nur heute. Genau. Heute ist eine kleine Ausnahme. Denn unsere Kundin hat, ja, Afrohaare. Naturkrause, sehr, sehr. Wir wickeln das jetzt ein bisschen anders wie normal. Genau. Genau, deswegen, ihr Lieben, ich würde mich freuen, wenn ihr später alle wieder dabei seid. Drückt unbedingt aufs Plus, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir später wieder live gehen. Das Ergebnis wird super, super krass. Das weiß ich jetzt schon. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und genau, ich würde mich freuen, wenn ihr später alle wieder dabei seid. Dann würde ich sagen, bis später. Ja, Leute, ihr seht's. Die waren vorher mega krause. Und jetzt, bist du mal so lieb, Vanessa, zeigst du mir mal die Strähne, die du gerade abgewickelt hast. Könnt ihr das sehen? Da haben wir jetzt einen richtig schönen Lockenbogen. Unglaublich. So, für die, die jetzt erst zuschauen, wir können unsere Kundin nicht von vorne zeigen. Denn sie ist erst 16. Und wir achten auf den Jugendschutz. Die Alina schaut zu. Hallo, mein Kind. Schön, dass du zuschaust. Ich mach das jetzt andersrum. Sekunde mal. Ich hol euch jetzt mal, sorry fürs Wackeln. Ich drehe euch jetzt um. Wie ging das nochmal? Hier unten die drei Punkte. Genau. Kamera Wechsel. So. Genau. Dann machen wir es andersrum. Jetzt wird es ganz schlimm. Pardon, pardon, pardon. Aber ja. So. So tue ich mich leichter, denn ich bleibe jetzt ein bisschen bei euch. So. Der Bernd, jetzt mit R, ist wieder dabei. Hallo Bernd, mein Freund. Schaut euch bitte schön das an. Es ist einfach nur unfassbar. Könnte ich vielleicht das andere Handy nochmal haben, wo wir die vorher Fotos gemacht haben? Die muss ich jetzt nochmal kurz reinhalten. Nein. Ähm, Kümmerung sein. So. Stefania, gehst du mal ein Stückchen auf die andere? Ja, genau. So sieht man das nicht. Könnt ihr das sehen? Die waren vorher richtig graus. Ich zeige es euch jetzt mal schnell. So. Ach, du hast das? Genau. So, wir machen nebenbei natürlich noch ein Video für euch. Ihr kriegt das alles gezeigt. Hier kann man das ganz gut sehen, für die, die jetzt erst dabei sind. Schaut mal. Ich kann euch auch mal ein Foto zeigen. Wo sind denn die Fotos? Ein Stückchen nach hinten. So, ja. Gut, da muss man natürlich jetzt fairerweise dazu sagen, so ist sie ja jetzt nicht rumgelaufen, sondern wir haben die Haare dann quasi durchgekämmt. Aber so waren die Haare vorher, dann haben wir gewickelt und jetzt wird sie, und das steht sowas von fest, super, super happy sein. Also da, so hat die Mama von ihr es gesagt, sind einige am Start, die auf dieses Ergebnis warten. Und wenn es so wird, wie es jetzt aussieht, dann werden wir da noch ein paar Mädels mit grausen Haaren kriegen, die sich dann in unsere Hände begeben. Ihr seid alle herzlich willkommen und an der Stelle als Hinweis, auch dieses Video wird in die Playlist kommen, die da heißt, Perm on Natural Hair. Die Playlist hat also lauter Mädels, die Naturlocken haben, teilweise richtige heftige Krausen, teilweise auch Naturlocken, die ungleichmäßig sind. Und es ist super. Die Mama steht hinter mir von unserer Kundin und ist jetzt schon super, super happy. Ja? Die Esti schreibt, hi bester Chef Esti, meine Liebe, hi beste Esti. Hallo Bienchen, hallo Katrin. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist unfassbar, wirklich, wirklich wahr, es ist unfassbar. Ich muss wirklich, weil ich sehe, es kommen laufend neue dazu in unserem Live, in unser Live, deswegen muss ich jetzt immer wieder die Vorher-Haare euch ins Bild halten. Als sie gekommen ist, waren die Haare so. Und ich meine, dass das für einen Friseur eine absolute Herausforderung ist, da brauchen wir uns keine Gedanken machen, oder? Da seid ihr alle meiner Meinung. Und ihr müsst uns nachsehen, dass wir sie nicht von vorne zeigen können, denn sie ist noch minderjährig und da halten wir uns dran. Da zeigen wir dann kein Gesicht, sondern da zeigen wir das nur von hinten. Aber ihr seid dann später auch dabei, wenn sie sich selbst im Spiegel sieht. Und ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, also wenn sie ein emotionaler Mensch ist, das finde ich jetzt mal raus, bist du ein emotionaler Mensch? Könnte es sein, dass du später, wenn du super, super glücklich bist, dass dir die Augen feucht werden? Kann sowas sein? Ich weiß nicht, ja, kann sein. Könnte sein? Wir werden sehen. Also wir machen es jetzt davon nicht abhängig, ob du glücklich bist oder nicht, denn wir wissen, du wirst es feiern. Es ist einfach unglaublich. Es ist unglaublich. Macht ihr mir bitte die Maske drauf. Ich möchte die Maske für eine Minute drin haben und dann anschließend zusätzlich noch die Zwei-Phasen-Sprühkur. So, Nine schreibt, eine Fachfrage, wurde das Haar zum Aufwickeln glatt geföhnt? Nein, das haben wir mit einem speziellen Trick anders hinbekommen. Bist du Kollegin? Schau den Kolleginnen zu oder Kollegen. Ich freue mich sehr, dass so viele zuschauen. So, die Julia. Julia ist Kollegin D2101. Julia, wie kommt man zu dem Namen? Julia D2101. Ah, Geburtstag? Ja, das könnte sein. Genau. So, Nine schreibt, danke. Nein, also sie ist keine Kollegin, aber habe auch grause Haare. Bin 33 und da hat man einiges erlebt. Ja, das ist wirklich unglaublich. Jetzt machen wir noch ein paar Szenen. Was wird gemacht? Wir sind eigentlich schon fertig. Wer ist das? Ein M ist das, glaube ich, oder irgendein Buchstabe. Was wird gemacht, hat sie gefragt. Wir haben also eine sehr, sehr grause Ausgangslage gehabt. Ich zeige euch gleich nochmal das Foto. Und haben da jetzt mit einer speziellen Dauerwelttechnik eine großzügigere Locke hinbekommen. Man muss immer bei der Sache bedenken, das wird nicht so, wie, also es wird jetzt nicht super glatt. Aber ihr könnt bei diesen Haaren, so hat sie ausgesehen, als sie gekommen ist, könnt ihr euch vorstellen, dass das super, super schwierig ist. Wobei, bei diesem Bild heuscht es sogar noch ein bisschen, weil die Längen ja relativ glatt aussehen. Aber der Ansatz war also wirklich extrem graus und dadurch hatten wir, ja hier auf dem Bild, auch im Video haben wir es, glaube ich, gesehen. Ja, genau, richtig. Stefanie hat es nochmal ins Video, jetzt, glaube ich, ist der Lichtschreifen. Ja, ja, so sieht man es. Da kann man es oben sehen, also wirklich sehr graus. Da sieht man jetzt nur die Lina. Genau, ah, jetzt sieht man es wieder gut, genau. Ja, perfekt, so sieht man es optimal. Das war also die Ausgangslage und es war wirklich, wirklich ein Ritt. Sagen wir es, wie es ist. So, der Uwe ist auch mit dabei. Hallo Uwe, wolltest du kontrollieren, ob deine Tochter was arbeitet? Na, schau, deine Tochter, da hinten ist sie und sie ist fleißig oder im Moment nicht, aber sie war schon sehr fleißig heute. So, da geht es wie mir. Ja, wir schauen jetzt hier einfach ganz gebannt, was da jetzt gleich für eine Reaktion kommen wird, wenn sie sich selbst mit ihren Locken sieht. So, die Nine hat also eine andere Idee, sie hätte es anders gemacht, wie wir. Weißt du, Nine, die Sache ist die, da muss jeder seinen Weg finden, wie er da rangeht. Wir haben also die besten Erfahrungen mit der Technik, die wir es heute gemacht haben. So, oh, es schauen viele zu und 3000 Likes hat das Video. Ich freue mich über jedes einzelne Like und über jede und jeden, der jetzt zuschaut. So, Spiegelcover ist schon da, dann gehe ich jetzt mal, lässt du sie jetzt aufsetzen, oder? Dann gehe ich jetzt hier hin, damit man sie von vorne nicht sieht. So. Die ist, die schreibt, tippt auf den Bildschirm für den besten Chef und sein Team. Mach das, da bin ich dabei. Also, das ist wirklich, was wir hier veranstaltet haben, ist wirklich aller Ehren wert. Eine absolute Sensation. Ist das für dich nicht ein Thrill, dass du dich jetzt nicht sehen kannst? Ich bin schon aufgeregt. Schon aufgeregt, gell? Sag mal, wie aufgeregt du bist. Sehr, sehr, sehr aufgeregt. So. Okay, jetzt kommen also noch unsere Pflegeprodukte zum Einsatz. Bist du mal so nett, Vanessa? Zeigst du es nochmal? Das ist, also, da ist nicht mehr viel drin, aber es reicht noch. Das ist die Zwei-Phasen-Sprühkur. Das ist ein Leaf-In und ein absolut sensationelles Produkt. Eigentlich unser meistverkauftes. Also, wir kommen gar nicht hinterher, das nachzugestellen. Das ist wirklich der absolute Oberknaller. Bleibt drin. Und für all diejenigen, die damit arbeiten, die feiern es, ist es für Naturlocken und für Dauerwelle. So, ich übergebe jetzt an der Stelle wieder an die Stefanie. Stefanie, magst du ein bisschen Quatschen mit den Leuten? Genau. Also, Stefanie, übernimmt euch jetzt. Komm, wir packen noch 10K Likes. Ja, es wäre unglaublich. Jamila fragt, wo kann man das kaufen? Meine Liebe, du findest all unsere Lock-Produkte und auch alle andere Pflege-Serien in unserem Online-Shop auf www.jerkmengelfriseure.de. Das ist so schön. Also, nicht wundern, das heißt, wir jetzt nicht so lange föhnen. Wir werden jetzt nur ein bisschen Wärme reingeben und den Rest Luft trocknen lassen. Carsten, vielen lieben Dank für die Rose an der Stelle. Okay, nur nach unten wird trocknen. Ich habe auch Lockenschreibt wie Rosaria. Sehr schön. Ist das eine Dauerwelle? Ja, genau. Ich zeige gerade nochmal das Foto von dem Vorher. Das war nämlich das Vorher. Wie man sehen kann, sehr, sehr graus. Und das Ganze haben wir jetzt beruhigt mit einer Dauerwelle. Vielen Dank. Mein Mikro ist ausgegangen. Moment. Also, ich wollte sagen, in glatten Haaren geht es natürlich auch. Dann hat man danach einfach super schöne Locken. Und bei Kaus im Haar werden die Locken einfach beruhigt. Mein Mikro war leer. Ich glaube, jetzt hört man mich aber wieder, oder? Beruhigt finde ich falsch ausgewählt. Warum, Manina? Ich glaube, ich glaube, es ist eine Dauerwelle. Man hört wieder nichts. Mein Mikro leuchtet aber grün. Man hört sich super, sehr gut. Man hört sich super, sehr gut. Man hört nichts, weil keiner redet. Ja, genau. Ich habe gerade nichts gesagt. Kriegt man auch Afro-Locken mit der Dauerwelle hin? Ja, also ganz so klein wie Afro-Locken jetzt nicht. Wir können sehr, sehr, sehr klein gehen. Allerdings nicht auf Afro-Level. Genau. M hat es schon sehr gut beantwortet. 11K-Likes, vielen lieben Dank. Sehr, sehr krass. Genau, Nina hat auch recht. Aus glatten Haaren kann man nicht mehr Haare machen. Nur optisch. So ist es. Genau so ist es. Gell, Steffi? Ja, genau. Mathias. Haben schon Profis hier. Natürlich am Start. Ich finde, das kann sich wirklich, wirklich sehen lassen, oder? Für die, die vorher dabei waren. Mega. Die Kundin hat sich gewünscht, dass sie ihre Haare auch einfach mal offen tragen kann. Morgens nicht so viel Arbeit hat. Und genau das haben wir jetzt erreicht. Nochmal ganz kurz hier. So waren die Haare vorher. Und auch so. Kommt Herr Mängel wieder dazu? 113. Haben wir das vorher noch mal? Ja, habe ich gerade reingehängt. Hast du gerade gezeigt? Unglaublich, wirklich. Bist du soweit? Wir müssen das jetzt dann so machen, dass wir mit dem Zeit. Und, Tina, bist du so nett und nimmst dann die Refonie damit mit Doppelstress? Du fährst dann so? Du fährst dann so rum und gehst dann mit dem Ende. So. Genau. Oh, kann dann wieder gefilmt, ja? Und? Bist du soweit? Die ist noch gern mit dir. Okay. Hast du nicht wieder? Und? Nein, ich bin nicht weg. Ja. Und dann. Viel Spaß. Ja. Ja. Das ist es. Mein Gast nur. Locken. Du darfst. Oh. Okay, das ist das hier. da weinen jetzt gleich alle mit da stehen jetzt alle bei solchen emotionalen momenten sind immer alle mit dabei oh mein da fließt ein tränchen ich schließe mal auf einmal drücken ich freue mich dass das so martina schreibt viel spaß beim haare offen tragen die josie schreibt so schön die erste schreibt wow wie wundervoll schön genau ihr stellt euch jetzt um die ihr mit geholfen habt und stellt euch dazu so okay so dann machen wir das live jetzt wieder dicht ich gehe ein bisschen nach hinten dass wir wirklich alle dabei sind ihr habt gesehen da sind tränen geflossen und da waren gleich alle ganz ergriffen ja ich auch super super schön und das erste mal dass jetzt ihre haare richtig schön offen tragen kann die können jetzt auch weiter wachsen übrigens also das auch genial die sehe ich von meinem geistigen auge jetzt schon zehn zentimeter länger richtig richtig schön ich bedanke mich bei euch für eure zeit schön dass ihr drauf geklickt habt und danke für eure vielen kommentare und die unglaublich vielen likes gerne bis zum nächsten mal ihr findet das video übrigens in unserer playlist auf tik tok die da heißt perlm on natural hair habt einen schönen abend und bis zum nächsten mal tschüss zusammen abend und bis zum nächsten mal